Jo, willkommen zu World of Warships. Und jetzt machen wir Abend mit der Hatschern. Mal schauen, wie es mit dem läuft. Was machen wir da? Und wo gehen wir hin? Wissen Sie, was Sie wollen? Iso-Gase, was willst denn du da? Oder Iso-Gase? Fahrgagut! Fahrgagut, gib Gas! Das ist immer so lustig, da die Leute, wenn sie stehen bleiben, stundenlang. Oder sie sind noch nie im Spiel, dann hat der heiss ja langsame Internetleitung, ich weiss es nicht. Die Kirche ist erster, die ich nicht in Deutschland habe. Oh ne, Neu-Mexikon... Oh Gott, oh Gott, stört der, der trieb so langsam an der Wachs. Nein, die fliege ich schon mal drauf. Waaamm. Und nochmal. So, wir wachsen noch auf AP. Da wird doch mal irgendwie ein Löschen. Ich würde mit AP nicht schaden. Wenn wir mal nicht umgedehnt haben. Hm, jetzt machen wir überhaupt nicht. Oh, ne Mine quasi. Ne, da ist natürlich weg. Was haben wir da? Ne, da ist... Oh, hoppla. Ich würde dann irgendwie aufpassen. Man, und hier mit ihren Torpedo-Bompers und... ...Bompa-Bompers. Hähnen umgekehrt zu rufen und doppler Flugzeugträger bei... ...Arbeiten. Das ist natürlich scheisse. Da kommt man da auch nicht. Oh, New York. Oh, New York. Ja, die hockt sicher dort hinter dem Fenster. Beide zusammen. Scheisse. Oh, New York. Da haltet jetzt noch der Drackel. Oh. Und wegdürfen. Hoffen wir, komm ich noch innen rüber. Hoffen wir, komm ich noch innen rüber. Oh, nehmt. Doch auch wenn ich fliege gar nichts da hatte. Da bin ich eh nicht hinter dem Fenster. Oh, oh. Jetzt kommt er wieder. Jetzt, wenn die ja nicht auf dem Flugzeugträgerocht, dann kann ich mir Päger holen. Dann bringen wir auf die Tür. Ich muss auch nicht nur drücken jetzt. Oh. Oh. Das ist die Mütze. Oh, das ist die Mütze. Oh, das ist die Mütze. Oh, das ist... Oh, das ist die Mütze. Ich habe mich schon mal. Oh, das ist die Mütze. Oh, da war es nicht. Oh. Du, da ist so schön ein Benchstaus, wenn man die da reinhängt. Mexiko Feueralarm! Undgelöst. Problem gelöst! Jetzt muss noch mal leer geworden, der Ding. Ich bin reichwittig, oder? Wo ist er denn? Flugabwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. Er hat da schon wieder umgekehrt. Wo ist der? Wo ist das auch gekommen? Aufklärungsschütze, Keto-Schicht zurück! Ja, ich bin reichwittig. Zieh das! Wo ist er, wo ist er? Wo ist er? schau was scheiße Okay. Oh, fuck, not. Oh, fuck, not. Yo. Oh. Gegnerischer Flugzeugträger gesunken. So nicht damals. Und hinter mir ist was? Freibland. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Alle Kräfte, benötige Deckungsfeuer. Oh, da ist die Achter. Oh, da ist die Achter. Und hinter mir? Was? Hübscher hilft du. Hübscher Scheisschelst. Hübsch Kopfdeckler hilft du. Meine Fresse du. Fockele not. Scheiss die Wut. Scheiss die Wut. Sonst geht's. Geht's. Jawoll. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Was ist denn? Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Superhilfe gesehen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Meine Fresse, die Ballgarten. Ich habe noch eine Nommal-Sofarpeil im Tingen. Die haben immer noch eine Nommal-Sofarpeil. Ich habe noch mal die Nommal-Sofarpeil. Das ist ein Tingen. Meine Fresse. Die Trenz-Farpeil. Ich werde die Trenz-Farpeil wieder darauf anbringen. Ja, wir setzen da auch ein Punkt da oben, unbedingt, zur Sicherheit, zur Sicherheit. Ein Punkt? Ich muss es nicht mehr nehmen, das ist, das habe ich nicht mehr gefunden. Kommen. Er macht Berge durchkommen. Ja, das ist ein Eidmärkiges Licht. Ja, dann haben wir den noch gewonnen. Super gewesen. 68.000 Schaden, das ist nicht schlecht. Und sie sagen, das ist nicht schlecht. Dank dem Torpader-Treffer, den wir dort gesetzt haben. Und der andere macht noch eine erste. Nein, Dankeschön. Schlecht gespielt. Oder Schlecht gespielt, nein. Zwei versankt auch. Aber gleich, was das Teamwagen anbelangt, dass meine Schlecht gespielt. Ja, ist ja egal. Nein, ich wundere. Also noch sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.